Siehst du, die beiden Saurier da unten haben, sind so groß und so dämlich, ha? Bestimmt! Die Gehirne sind kaum größer als ein Wolfsbein. Wenn ich daran denke, da bekomme ich wirklich Bedenken, ob wir Saurier noch lange überleben. Watsche nicht drum! Schlamm sie der Leber! Die Zeit der Saurier ist vorbei. Die Evolution hat etwas Neues hervorgebracht. ProMark.de Das Fachgeschäft mit Online-Shop. ProMark.de-Preise, Online-Auswahl. Und dazu der Service eines Fachgeschäfts. ProMark. Das Beste beider Welten. Oh verdammt, ich will jetzt noch nicht ausstarten. Ich fürchte, es ist schon passiert.